Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines kleinen Handarbeitstagebuchs. Ich bin Cynthia, wohne in Westsachsen und habe mich wahnsinnig gefreut über die ganzen Zuschriften nach der ersten Folge und bin motiviert eine zweite aufzunehmen. Es sind zwei Wochen fast vorbei und hier ist einiges passiert. Bloß davor, ich hoffe ihr habt einen Kaffee oder irgendwas zu trinken, Tee, habt ihr euer Strickzeug, irgendwas noch nebenbei zu tun und dann können wir gleich loslegen. Erstmal kurz noch, ich trinke Kaffee mit Schokolade, ich liebe es. Wir starten gleich mit den fertigen Projekten. Ich war eine Woche von den zwei Wochen daheim, hatte Urlaub und habe sehr viel gestrickt, würde ich sagen. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall sehr viel. Aber ich habe auch ein bisschen aufgeräumt. Das Ausmaß werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir springen zuerst in die Vergangenheit, dann zeige ich euch die fertigen Projekte, dann was ich gerade so aktuell stricke und dann kommt die Eskalation schlechthin. Ja, ich hoffe ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Genießt es, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir starten mit dem Sprung in die Vergangenheit. Ein kurzer Sprung in die Vergangenheit. Ich bin gerade dabei, die Nadeln an einem Projekt zu ziehen und dieses Projekt heißt Jule Flower Cardigan. Das liegt nicht an der Anleitung, die ist gut beschrieben, sondern das liegt an mir. Ich habe mit einer Wolle von Don Rüstens Keller in einem Tannengrün auf ihrer Bar Silke Dreams angefangen zu stricken. Das sind 70% Merino und 30% Seide und habe soweit gestrickt. Heute Morgen habe ich dann diesen Cardigan angelegt, also sprich über die Schultern geworfen. Es wird ein Radlahn von oben gestrickt und habe festgestellt, dass der jetzt schon viel zu weit ist. Die Maschenprobe hat gepasst, aber er ist mir trotzdem zu weit geraten. Jetzt werde ich ein paar Minuten die Nadeln ziehen. Zur Anleitung kann ich sagen, ich habe zwei Altwandlungen gemacht. Ich habe hier hinten dieses Lace-Muster nicht gestrickt, sondern glatt rechts und ich hätte keine Knopfleister angestrickt, sondern habe hier einen I-Cord angestrickt, dass man das ohne Knöpfe anziehen kann. Ich meine, das kann man auch so, aber ich wollte halt, dass das ein schöner Abschluss ist. Ja, und jetzt werde ich die Nadeln ziehen. Der Scan wandert wieder zurück in meinen Stash und ich schaue mal, was ich daraus noch machen werde. Starten wir mit den fertigen Projekten und beginnen würde ich mit dem Projekt, was ihr schon kennt, also eins der Projekte. Und zwar sind das die Socken, die im Rahmen der Aktion Regenbogen Stash-Alon von Annette entstanden sind. In dem Monat März war die Farbe lila und ich habe zwei lila Socken gestrickt. In Schuhgröße 43 für jemanden aus der Familie. Die sind auch beide fertig. Jetzt einmal auf einem größeren Blocker, darum passt das ja nicht ganz. Aber ja, die sind dann auch innerhalb von zwei Tagen noch fertig geworden nach dem Podcast. Ich habe sie noch nicht gewaschen, aber man sieht wunderbar, das ist schön gefärbt von Strickoholik. Strickoholik ist ihre Basis Cosy Socks mit 89% Wolle und 11% Polyamid. Ja, ich habe auch ein bisschen was übrig. Ich würde sagen, es sind so 20 Gramm. Ja, die wandern jetzt in die Restekiste und dann schaue ich mal, was ich damit mache. Das letzte Mal habe ich es nicht gezeigt, aber es war dieser Nitter. Das ist die Edition 50 2021 und das Muster ist von Ellie Doyle. Ja, Ellie Doyle. Das sind die Raspberry Trigger Socks. Und so sieht das im Buch aus, äh im Heft, Entschuldigung. Ist halt auch gut geeignet für, sie hat es hier mit selbststreitender Wolle gemacht. Da sieht man, das kommt jetzt sogar noch ein bisschen besser hervor. Aber wie gesagt, wenn die Wolle sehr, sehr mustert, ist es ganz sinnvoll, da wenig Muster noch rein zu stricken. Gestrickt habe ich auf 2,5er Nadel. Ich habe das Bündchen abgewandelt. Ich habe ein 3-Links-1-Rechts-Bündchen gemacht, was dann fließend in das Muster übergeht. Eine Bumerang-Ferse, sie hat eine Caption-Ferse beschrieben. Und dann habe ich die beschriebene Bandspitze noch gestrickt. Ja, ich bin zufrieden damit und ich hoffe, der neue Besitzer wird sich auch darüber sehr freuen. Dann ist mein Pullover fertig geworden. Und zwar der So Faded von der Andrea Murray. Ich habe den auch relativ schnell danach fertig bekommen. Da war ja nur noch ein 1,5er Ärmel zu stricken. Er sieht jetzt so aus. Gehe ein Stück zurück. Gestrickt auf 3er Nadel. Mit einer Wolle von Strickety Strackety Struck. Und zwar sieht das Label so aus. Das ist ihre Merino Pure. Das sind 100% Schuhrwolle. Und das war der Warm & Cozy Fake Club aus dem Januar. Zur Anleitung. Also, ich habe mit meinen Maßen Größe 2 stricken müssen. Habe aber schon gemerkt, wo ich dann abgetrennt hatte, dass das zu klein wird. Das liegt einfach daran, dass die Andrea Murray wahnsinnig fest strickt. Oder ich stricke wahnsinnig locker. Ich weiß auch nicht. Und habe dann auf die nächstgrößere Größe zugenommen. Sie beschreibt außerdem, oder ihre Anleitung sieht vor, dass dieses Bündchen nachträglich angestrickt wird. Das habe ich auch gemacht, würde ich aber nie wieder machen. Also es ist wahnsinnig schwer, hier die Maschen so aufzunehmen, dass das sauber aussieht. Um dann das Bündchen ranzustricken. Also entweder man ist sehr geübt da drin. Oder man nimmt mehrere Anläufe. Oder Option 3, die ich das nächste Mal machen würde, würde ich es nochmal stricken. Ich stricke gleich das Bündchen mit an und stricke dann verkürzte rein. Ja, zum Fade. Ich zeige es mal am Ärmel, das ist vielleicht am einfachsten. Ich habe hier mit Wolle 1 begonnen. Und habe schon vorm Abtrennen in Wolle 2 gefadet. Und mein Fade war nicht der, der in der Anleitung beschrieben wurde. Sondern ich habe den Fade, also Farbe A, Farbe B. A, 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 B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, B, B, A, B, B, B gemacht. Steht auch in meinen Reveille Projekten. Könnt ihr nachschauen. Werde ich jetzt noch reinschreiben, aber sollte drin stehen. Genauso hier und hier in die letzte Farbe. Die Färbung an sich gefällt mir richtig gut. Und der Pullover wird auch einer meiner Lieblingspullover werden. Den ziehe ich jetzt schon sehr gerne an. Ein paar Tragefotos sind dann auf meiner Reveille-Seite oder bei Instagram. Könnt ihr schauen. Ich bin auch zufrieden damit. Was mir gerade noch einfällt. Die Anleitung sieht vor, dass der Fade-Start hier in der Mitte ist. Also genau zwischen der Brust. Ich habe den dann schon beim zweiten Fade unter den Arm verlegt, dass einfach dieser Übergang nicht so zu sehen ist. Sie beschreibt dann, wie man das macht und so weiter. Aber diesen runden Anfang, das war dann schon klar, als ich hier begonnen habe, ich musste den versetzen. Weil man sieht auch, man sieht es von Weitem, man sieht hier den Fade. Stört mich jetzt nicht so. Ich bin trotzdem zufrieden damit. Aber so auch vielleicht als Tipp, falls ihr das stricken wollt. Ich würde gleich am Anfang irgendwie versetzen, dass man das halt nicht gleich so sieht. Ja, abgekettet habe ich Italienisch. Und bin hier eine Viertelnadelstärke tiefer gegangen. Und es ist eine Kaufanleitung. Ich würde euch empfehlen, sie nur zu kaufen, wenn man noch nicht einen Raglan gestrickt hat. Also es ist ein simples Raglan Rezept. Und eine Fade Anleitung bekommt man eigentlich auch anders her. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist freigestellt, was ihr macht. Aber ich würde die Anleitung nicht kaufen, wenn ich Strickerfahrung habe. Gerade was Raglans von oben angeht. Und auf den Bildern sieht man dann, was sie abgewandelt hat. Ja. Genau. Das zudem. Übrig geblieben an Wolle ist von Farbe 1, die hier oben war, relativ viel. Von Farbe 2 fast gar nichts. Das sind nur 8 Gramm. Von Farbe 3 und Farbe 4. Die wandern jetzt auch erstmal in meine Restekiste. Und ich schaue mal, was daraus wird. Also noch einen Fade werde ich gar nicht groß stricken können. Weil Farbe 2 ist halt wirklich nicht mehr viel da. Sonst hätte man ja vielleicht noch einen Schal oder so stricken können. Mal gucken. Das ist auch nicht so wirklich für Socken geeignet, würde ich sagen. Also ich sehe da drin die Haltbarkeit nicht ganz so. Ja. Gut. Dann ist noch was fertig geworden. Was ihr schon kennt. Und zwar nur den Boppel. Den Wollboppel kennt ihr. Ich habe meinen Kaul fertig gestrickt. Aus einer Wolle, die ich selbst gefärbt habe. Das war glaube ich eine der ersten, die ich selbst gefärbt habe. Gestrickt auf 3er Nadeln. Mit um die 148 Maschen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und das ist die Anleitung der Socket Kaul von Kelly McClure. Ich weiß nicht. Ist glaube ich eine Amerikanerin. Ist auch schon relativ häufig gestrickt. Ist auch verlinkt. Könnt ihr nachschauen. So ist die Wolle rausgekommen. Auf meiner Reverie Seite ist auch ein Foto drin von der Wolle. Wie sie im Strang aussah. Könnt ihr nachschauen. Ich wusste nicht, ob es eben so geringelt rauskommt. Oder ob es sich vielleicht sogar pult. Es ist jetzt so rausgekommen. Übrig ist 2 Gramm. 3 Gramm. So in der Dreh. Das war einfach mein Sicherheitskampf. Ich habe das erste Bündchen gestrickt. Dann habe ich rechts gestrickt. Bis ich beim zweiten Bündchen angekommen bin. Und nach dem ersten Bündchen habe ich Wolle gewogen. Und wusste, wie viel Gramm ich brauche, um das zweite Bündchen zu stricken. Und habe dann, ich glaube, 5 Gramm Sicherheit genommen. Dass ich einfach auf jeden Fall hinkomme mit dem Knoll. Ja. Der war relativ schnell fertig. Ich weiß nicht. Ich war irgendwie viel unterwegs. Und dann mal da kurz angehalten. Halbe Stunde gestrickt da. Und da war der, ich weiß nicht, eine halbe Woche. Anderthalb vielleicht fertig. Ja. Genau. Abgekettet habe ich hier. Ganz normal. Also nicht italienisch. Aber tut nichts zur Sache. Er wandert jetzt in die Geschenkebox. Und wir schauen mal, wer den dann bekommt. Achso. Und gewaschen habe ich ihn auch schon. Die High Twist von Schmusewolle ist auch sehr gut rausgekommen. Und es hat sich auch nicht ausgewaschen. Obwohl das Wasser ziemlich rot war, muss ich sagen. Ja. Ist auch für den Regenbocken sehr gelang für April. Auch im April fertig geworden. Freue ich mich sehr. Ja. Dann hat meine Cousine ein Baby bekommen. Ein Mädchen. Und ich werde sie jetzt besuchen gehen. Äh. Morgen. Deswegen nehme ich heute auf. Und da kommt man ja nicht mit leeren Händen. Ja. Und wir haben ja schon was geschenkt. Aber ich dachte so ein bisschen was selbstgestricktes. Das ist ganz schön. Da freut sich jeder drüber. Ähm. Die Babydecke von meiner Oma nutzt sie auch sehr häufig. Deshalb weiß ich, dass das Kind das auch anziehen wird. Und ich habe mir überlegt. Okay. Was kann ein Kind gebrauchen? Und habe ein paar Socken gestrickt für das Kind. Oder Baby. Also ja. Ich glaube es ist jetzt drei oder vier Wochen. Und zwar habe ich ein paar Spiralsocken gestrickt. Ähm. Aus einer Opal Serie. Und zwar der Opal Memories. Die ist jetzt irgendwann fast am Anfang des Jahres oder so rausgekommen. Das ist Papas Prinzessin heißt die Wolle. Also ich fand das irgendwie hat gepasst. Die waren meine Restekiste. Ich habe schon ein paar erwachsene Socken daraus gestrickt. Und jetzt eben diese paar Babysocken. Ähm. Die Anleitung ist aus dem Buch von Berm Kessler. Spiralsocken. Alles selbst gekauft. Ähm. Und das ist das Basic Rezept. Also vollkommen einfach. Er sagt x Maschen anschlagen. Da gibt es einen Chart. Eigentlich braucht man den Chart auch nicht. Man zählt einfach die Runden und dann verschiebt man. Und ja. Jetzt sind ein paar Babysocken rausgekommen. Ich habe ein Bündchen von 10 Runden gestrickt. Dann habe ich 60 Runden eben was er schreibt gestrickt. Und dann die Spitze. Ja. Ich denke auch, dass das Mädchen oder das Baby das auch relativ lange anziehen wird. Also ich glaube Babygröße ist aktuell so. Also man kann sie auf jeden Fall so anziehen. So. Ähm. Vorher hatte ich die schon mal gestrickt und das auch getestet. Ähm. Bei Babys funktioniert es ganz gut. Sobald sie aber anfangen sich zu bewegen und zu krabbeln, dann rutschen die Socken runter. Also es ist meine Erfahrung von dem, was ich zurückgemeldet bekommen habe. Deswegen, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, stricke ich dann ganz normale Socken und mache unten ein paar Stopper rein. Ja. Übrig ist immer noch jede Menge. Wandert wieder in die Restekiste. Vielleicht noch für ein paar Babysocken oder was weiß ich. Ähm. Ja. Gestrickt auf Zweiernadeln. Das ist auch eine Empfehlung. Also ich würde auf jeden Fall bei so Babysachen und so, dass das auch ein bisschen stabil ist, weit runter gehen von den Nadeln. Ja. Das dazu. Und dann habe ich für das Mädchen noch was gestrickt. Ich habe zu Ostern ein Buch geschenkt bekommen von meiner Familie. Und zwar dieses Klompe-Lompe-Outdoor-Maschen. Das geht ja auch gerade so ein bisschen rum. Und da habe ich die Hipster-Mütze angeschlagen. Ich kann euch die ja mal zeigen. Äh. Moment. Ist wirklich ein Basic-Rezept. Also wirklich auch für Anfänger geeignet. Ich muss mir gerade mal... Moment. So sieht das Modell aus. Schönes Lächeln. Schönes Bild. Das ist echt super gemacht. Und ähm. Da bin ich auch in meine Restekiste gegangen. Welch Wunder für Babysachen. Und habe gefunden. Einmal eine Austermann-Step-Merino. Das war auch ein Rest. Ich habe auch keine Banderole mehr. So aus. Müsstet ihr mal, wenn ihr das genau wissen wollt, in meine Barbie-Projekte gucken. Ich hatte daraus auch ein paar Socken gestrickt aus 52 Weeks of Socks. Ich glaube, es waren die Lurix-Socken oder so. Und ähm. Dann habe ich noch einen Rest gehabt von einem Tuch. Auch weiche Wolle. Und zwar ist das Langmerino BB 200. Da ist jetzt auch wirklich nicht mehr viel übrig. Und äh. Ja. Entstanden ist folgende Hipster-Mütze. Doppelt gehalten. Ist sehr, sehr straff. Ich habe es auf Dreier-Nadeln gestrickt. Also das ist wirklich ordentlich straff. Ich habe auch die sechs bis neun Monate Größe gestrickt. Für den Herbst, Winter also. Und ja. Also die war glaube ich an einem Tag fertig. Und die Socken auch an einem Tag. oder abends angeschlagen und am nächsten Morgen oder so. Also es ist ein wahnsinnig schneller Strick. Ja. Ähm. Die Klompe-Lompe oder die Beiden, die beschreiben dann auch, wie man das hier macht. Ja. Ist wirklich ein Basic-Rezept. Kann ich empfehlen. Super einfach. Für Anfänger geeignet. Kann man auch für Erwachsene stricken. Ja. Genau. Also ich habe jetzt ein bisschen dickere Wolle gehabt. Also wenn ich zweifach zusammen nehme. Ich glaube es ist für sechsfach beschrieben oder so. Ja. Genau. Und dann habe ich noch was fertig. Ähm. Das habe ich euch das letzte Mal nicht gezeigt. Ich habe es einfach schlicht und ergreifend nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich es noch auf die Nadeln habe. Und zwar ist das ein paar Socken. Die Eva Romaine hat einen Mystery Call gehabt. Bei Remy. Ich glaube in der Solid Socks Gruppe oder so. Und äh. Ich habe das gesehen und weil ich bei der Sock Madness dabei war. Dann aber leider berufsbedingt ausgestiegen bin. Habe ich gedacht okay es ist vielleicht sinnvoll schon mal davor Perlen gestrickt zu haben. Also Perlen und Socken. Das hatte ich noch nie gemacht. Und als ich gesehen habe dass der Mystery Call läuft und da Perlen verstrickt werden. Fand ich das eine schöne Aktion oder eigentlich auch eine schöne Übung. Die Socken zu stricken. Und zwar heißen die Lilly. Ich habe sie auf 2,25er Nadeln gestrickt. Und die sehen so aus. Ja. Cynthia konnte nicht lesen. Am Anfang war ich noch gut dabei auch die Fristen von der Woche einzuhalten. Aber ich habe trotzdem nicht gelesen. Äh. Der erste Abschnitt war das Bündchen und ich glaube bis hierher. Der zweite Abschnitt war bis hier. Ne. Bis hierher der erste Abschnitt. Das hier habe ich schon zusätzlich gestrickt. Das hier habe ich schon zusätzlich gestrickt. Weil ich nicht gelesen habe, dass man das nur einmal wiederholen soll. Sondern nicht zweimal wiederholt. Dann kam die Zunahme Verse. Ich glaube das ist für die Designerin auch sehr typisch. Und dann gibt es einen Übergangschart und einen Spitzenchart. Ja. Also ich. Äh. Ein Drittel mehr. Schaft gestrickt. Schon Panik gehabt, dass die Wolle nicht reicht. Also es ist auch nur Profi übrig. Ja. Man schlägt an. Ich glaube man beschreibt einen Anschlag. Das ist schon ein Stück her. Ähm. Die Designerin macht gerne hier kein klassisches Bündchen, sondern eben ein Bündchen mit so ein bisschen verspielten Spielereien, sagen wir es mal so. Dann strickt man diesen Lace Chart und da sind jetzt Perlen drin. Das sieht man hier. Und zwar beschreibt sie, dass da zwei Perlen aufeinander gesetzt werden. Ich habe aber nur eine Perle eingestrickt. Also zwei wären wir dann zu viel gewesen. Ich werde die auch nicht behalten. Also ich weiß nicht, ob die neue Besitzerin, es wird wahrscheinlich eine Frau werden, das dann mag. Deswegen habe ich einfach mal nur eine Perle eingesetzt. Dann wird weiter gechartet. Also die ganze Socke ist gechartet. Man muss Charts lesen können. Ähm. Genau. Zunahmeverse vorne mit Chart, die Abnahmen und dann nach vorne. Sie beschreibt dann eine Bändchen... Spitze, Bandspitze sowas. Und zwar schon während dieses Toe-Charts hier vorne. Allerdings war mir das viel zu zeitig. Ich wollte Schuhgröße 41, 42 haben. Und darum habe ich den Toe-Chart komplett gestreckt und dann eine normale Bändchenspitze vorne ran. Ja, was kann ich noch sagen? Der Chart ist speziell. Im Chart sind die linken Maschen leere Kästchen und die rechten Maschen die mit Punkten. Normalerweise kennt man das von englischen Anleitungen andersrum. Ja. Von vorne sehen sie so aus. Ich finde es wirklich ganz schön geworden. Lilly. Ähm. Das Bild für den MKL ist auch ein Schneeklöckchen. Was ganz schön ist. Und deswegen habe ich auch diese Wolle gewählt. Das ist eine Wolle von Garden Flower. Ja, und habe ich auch schon ein Stück in meinem Stash. Die heißt Greeny. So sieht das Label aus. Und das ist ihre Softie Socks mit 89% Wolle. Merino Extra Fine und 11% Polyamid. Das macht 100 Gramm, 400 Meter. Ja. Und die Perlen, die habe ich im Rahmen der Sock Madness bestellt. Ich weiß nicht wo. Irgendwas mit B war es. B... Irgendwie sowas. Also wenn, müsstet ihr mir das nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wissen wollt. Genau, da müsste ich nachschauen. Aber so sehen sie aus. Schönes dunkelgrün. Grün ist eh meine Kernkompetenz. Liebe ich. Und... Genau. Es sind noch ein paar übrig. Aber... Ja. Die Socken sind fertig. Das ist alles, was ich in der letzten Zeit so fertig gestrickt habe. Und jetzt gehen wir über zu dem Projekt. Arbeit. Auf den Nadeln habe ich aktuell ein paar Socken. Ihnen wundert's. Irgendwie hat man immer Socken auf den Nadeln. Geht's euch auch so? Ich bin da irgendwie so... Sind so mindless. Meistens. Meistens. Ist auch die Lilly. Ähm... Strickereien so nebenbei. Kann man gut mitnehmen. Ähm... Ja. Meine Eltern fahren im Sommer nach Norwegen. Oder wollen nach Norwegen fahren. Wir wissen es nicht. Klopfen auf Holz. Ähm... Und ich habe für meine Mutter ein paar Socken angestrickt. Und zwar ist mir Wolle in die Finger gekommen aus meinem Stash. Die Prolana Fjord Sock Wolle. Und da habe ich losgelegt. Und einen Socken gestrickt. Ich mag überhaupt keine Stinos. Also das ist nicht meins. Das ist nicht meine Welt. Stricke ich überhaupt nicht gerne. Und dann habe ich bei Weverly nach einem kostenlosen Muster gesucht, was man stricken kann für selbstmusternde Wolle. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Das Muster geht sehr oft unter. Und das geht auch hier unter, gebe ich zu. Aber ich wollte einfach beim Stricken nicht einschlafen. Was habe ich gefunden? Und zwar sind das die Eifelranken von Heike Kreativ oder Eifelstern. Die hat ganz viele ganz einfache Muster veröffentlicht, die kostenlos sind. Und ich habe jetzt die Schuhgröße 40, 41, also ein bisschen groß hier. Das ist ein 39er Brett gestrickt. Einer ist fertig. Der zweite ist soweit. Also noch nicht so wirklich viel passiert. Wolle sieht auf dem Opel so aus. Habe ich gewickelt. Ich mag das nicht, wenn das so locker auf dem ganz normalen Strang kommt. Gestreckt auf 2,5er Nadeln. Und man denkt von Weitem oder wenn man so von der Seite guckt, das ist ein Zopfmuster. Ist es nicht. Das ist so ein Fake Zopfmuster. Ich erkläre jetzt nicht genau wie es geht, wie es funktioniert. Es ist zwar eine kostenlose Anleitung, aber da müsstet ihr euch dann selbst mal nachschlagen. Sonst ist es ein klassisches Dino. Ich habe eine Bumerangferse eingestrickt und eine Sternchenspitze. Ein Wünschen von 2 rechts, 2 links. Es kommt auch ganz gut raus. Ich denke auch, dass die Färbung der Wolle ganz gut zu sehen ist, trotz dieses kleinen Musters. Und ich denke, dass die zweite jetzt auch relativ schnell fertig wird. Ja, was ich zur Wolle noch sagen kann. Also ich finde, dass das Maschenbild total unruhig ist. Ich hatte die Wolle schon mal. Ich habe auch schon eine Babydecke aus dieser Wolle gestrickt. Da hatte ich das Problem auch. Aber da hatte ich nur rechts hin, rechts zurück. Ich komme gerade auf den Namen hin. Gestrickt. Und da ist das nicht so aufgefallen. Hier fällt mir das richtig auf, dass das ein total unrundes Maschenbild für mich ist. Obwohl ich das mit meinen Knitpro Zingnadeln gestrickt habe. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie die sich nach dem Waschen verhält. Die ist relativ dünn. Wir werden sehen. Ich habe noch bis Ende Juni Zeit, die fertig zu stricken. Aber ich glaube, die sind dann schon im Mai fertig. Und wenn sie losfahren, bekommt sie sie dann geschenkt. Was habe ich noch auf den Adeln? Ich habe ein Sommeroberteil angefangen. Nachdem ich meinen Pullover fertig hatte, waren wir zwar erst noch ganz viel rechts stricken. Und habe die ganzen Kleinteile gestrickt. Und dann habe ich mal in meinem Stash geschaut. Habe ich so gedacht, okay, guckst du mal, was hast du noch für Wolle. Und ich habe gefunden, die Reva von GGH. Das ist eine recycelte Wolle. Es ist auch, würde ich sagen, fast ein Tweetgarn. Das ist die Farbe 6. Und kommt aus Italien. Mit einer Zusammensetzung von 95% Baumwolle und 5% anderer Faser. Wer weiß, was es ist. Auf jeden Fall gut geeignet für ein Sommeroberteil. Dann habe ich eine Maschenprobe gestrickt. Maschenproben sehen bei mir so aus. Sind nicht wirklich groß. Es ist jetzt auch gut durchsichtig. So wie es eigentlich für das Sommeroberteil mag ich das ganz gern. Und mit 3er Nadeln. Die hat auch dann gereicht. Das ist reichen 3 cm. Für eine Anleitung von Ludmilla Axinic. Und zwar die Willow Tunic. Das ist unten verlinkt. Könnt ihr euch anschauen. Hier oben. Also es werden verkürzte rein gestrickt. Und dann kommt hier eine Rundpasse mit einem Lace-Muster. Dann werden die Ärmel abgetrennt. Es geht gerade Dinge runter. Und dann kommt dieses Lace-Muster unten nochmal über dem Po. Das werde ich nicht stricken. Ich werde es als T-Shirt stricken. Als Sommertop sozusagen. Und wie weit bin ich? Ich habe nicht wirklich viel. Ich habe die verkürzten Reihen gestrickt. Das soll jetzt diese Woche weitergehen. Ich hatte nicht so wirklich den Nerv für ein Tart und Lace. Und deswegen habe ich nur die verkürzten Reihen gestrickt. Ich stricke das auf 10 Nadeln. Von dem Po auf 3er Nadeln. Und ich hoffe, dass ich die Rundpasse jetzt zügig fertig bekomme. Und dass das dann so nebenbei gestrickt wird, wenn es glatt rechts am Körper runter geht. Ja. Hier oben wird mit verschränkten Maschen gearbeitet. Das ist mit der Wolle gar nicht so einfach. Die ist relativ griffig. Und das fordert einen dann schon ganz schön, das zu stricken. Oder die Finger, sagen wir es mal so. Deswegen ist das jetzt ein bisschen liegen geblieben. Aber jetzt kommt der Sommer. Jetzt kommt die Wärme. Heute ist wunderbares Wetter. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt zügig weitergehen. Und ich möchte dieses Top endlich haben in diesem schönen, leeren, roten Ton. Ja. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs oder sieben Knoll. Also es sollte auf jeden Fall reichen. Und ja. Genau. Und dann habe ich noch ein Projekt auf die Nadeln. Ich habe gar nicht so viel aktuell. Naja, das ist auch nicht so schlimm. Ich stricke mal wenigstens weiter. Ich habe schon seit einem Jahr ein Restprojekt auf die Nadeln. Habe ich euch das letzte Mal auch nicht gezeigt. Das stricken auch sehr viele. Ich stricke es auch. Ich stricke aber nur gelegentlich daran, wenn ich entweder Lust dazu habe. Oder ich der Meinung bin, dass meine Restekiste mal wieder über alle Berge wächst. Und sie mal wieder zugehen muss. Also aktuell ist es ein Beutel. Und wenn der Beutel überläuft, stricke ich mal wieder eine größere Menge weg. Und dann mal wieder eine Zeit lang nicht. Ähm. Ja. Ich habe auch ein Monster auf die Nadeln. Und zwar, das ist eine Anleitung von den Nerdnets. Meins ist aktuell so groß. Es ist schon sehr groß. Ein bisschen sehr groß. Aber naja. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt im Sommer weiter stricke. Ich habe es, wie gesagt, vor einem Jahr angefangen. Ich muss gerade mal schauen. Ich habe eine Breite von 1,40 Meter, 1,60 Meter, 1,50 Meter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall über 1 Meter. Ähm. Und stricke da halt kreuz und quer, wie mir es in den Sinn kommt, meine Reste rein. Hauptsächlich so kleine Reste, wie das von Langeans, was hier übrig geblieben ist. Wird da jetzt auch auf jeden Fall reinwandern. Oder von den Lilly M. Karl. Da ist wirklich nicht mehr viel da. Das wandert jetzt alles in das Monster. Aktuell habe ich einen Rest von Wollowolika dran. Das war eine Herbstfärbung. Und von... Das ist eine selbststreifende Sockenwolle. Aber da ist auch wirklich nicht mehr viel da. Äh. Von dem waren die Kreatrine oder so. Ich glaube. Ich habe aus beiden auf jeden Fall Socken gestrickt. Wenn ich schaue, mein Rarity-Projekt sollte angelegt sein. Ja. Und stricken zweifädig auf 4,5er Nadeln. Es wird ein relativ dichtes Gestrick. Und ja, die zeige ich euch jetzt nicht jedes Mal. Sondern da muss ich wirklich ein bisschen Fortschritt haben, dass sich das lohnt dann wieder zu zeigen. Ja. Das ist auch alles. Ich habe keine UFOs. Ich bin nicht so der UFO-Produzent. Und ich mag das nicht. Ich will das dann fertig haben. Und ja. Die Decke wächst so langsam vor sich hin und frisst meine Wollreste. So. Das war alles, was ich euch anstreckigem zu zeigen hatte. Jetzt kommt... Pff. Mein Kaufrausch. Ich hatte gestern eine Prüfung auf Arbeit. Und die hat mich ein bisschen die letzten Wochen auf Trab gehalten. Deshalb habe ich auch so viel gestrickt zur Ablenkung und zur Beruhigung. Halt auch viel rechts. Und hat mich irgendwie auch dazu verleitet, einkaufen zu gehen. Sowohl online als auch auf Märkten. Deswegen kommt jetzt gleich, ich räume das gleich alles her, eine größere Episode meines Kaufrauschs der letzten zwei Wochen. Wem das nicht interessiert, den verabschiede ich jetzt schon mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Kommt gut in den Mai. Oder seid schon gut in den Mai gekommen. Genießt es. Genießt das Wetter. Geht ein bisschen raus. Und viele Grüße hier aus Westsachsen. Ja, also für die anderen. Ich liebe es, Wolle, geschoppte Wolle von anderen anzuschauen. Es inspiriert mich immer total, auch zu schauen, was wollen sie dann daraus stricken. Oder was gibt es schon so für Pläne. Ich schaue das auch sehr, sehr gerne von englischsprachigen Podcastern an. Deswegen haltet euch fest. Fragen Sie bitte zu Risiken und Nebenwirkungen Ihren lokalen Wolldealer. Und los geht's. So, also das, was ich jetzt euch alles zeige, ist nicht normal. Ich weiß es. Ich habe aber auch davor sehr lange, also ich habe im letzten Podcast die zwei Dinge gezeigt. Aber davor habe ich wirklich ganz wenig gekauft. Ich habe auch einen relativ verhältnismäßig kleinen Wollstech, würde ich sagen. Der sich jetzt ganz schön erweitert hat. Nämlich um so ein Viertel, würde ich sagen. Ja, womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht von vorne an. Ich war letzte Woche auf einem Markt. Und zwar gibt es hier das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Blankenheim. Das ist ein paar Kilometer weg. Und dann haben wir eine Radtour dahin gemacht. Und es war Korb und Pflanzenmarkt. Wir haben auch Pflanzen gekauft für den Garten. Aber es gab auch ein paar Wollstände, wo Industriewolle und ungefärbte Wolle von Schafen verkauft wurde. Und auch eine Handspinnerin, die gesponnene Wolle verkauft hat. Ja, ich habe es gesehen und dachte mir, okay, gehst du mal hin, schaust dir das an. Und habe mich dann ganz, ganz nett mit der Dame unterhalten. Und zwar mit Angelika. Von Angelikas Naturwaren. So sieht ihr Label aus. War wahnsinnig schön. Kommt aus Elsterberg. Das ist in Sachsen noch. Gerade so in der Grenze Sachsen-Thüringen. Sie bietet auch Spinnkurse an. Spinnt auch auf Auftrag. Sie gestrickt allerdings nicht. Und verkauft dann ihre gesponnene Wolle. Ja, und ich wurde ein bisschen fündig. Und zwar habe ich Merino-Wolle mit Seide gekauft. Drei solche Knäuel. Unterschiedlich vom Gewicht her. Ja, und das sind 63 Gramm. Dann habe ich nochmal 63 Gramm und 75 Gramm. Und daraus soll eine Mütze werden, denke ich. Oder irgendein Loop oder sowas. Ja, sollte auf jeden Fall reichen. Sie hat das dann mir auch noch ein bisschen günstiger verkauft, weil wir uns so nett unterhalten haben. Also, falls ihr Interesse daran habt, schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch gerne ein paar Daten geben. Wahnsinnig nett. War wahnsinnig schön, den Markt zu besuchen. Und mal wieder rauszukommen. Ja, das ist Einkauf Nummer eins. Geht weiter. In meiner ersten Phase des Lernens war ich bei Instagram unterwegs. Und dann habe ich gesehen, dass Knit Loop eine neue Qualität für Sommeroberteile rausgebracht hat. Und zwar die Cloudy Cotton. Und ich konnte einfach nicht widerstehen, als ich diese eine Farbe, die ich euch gleich zeige, gekauft habe. Ich habe da so ein Sommeroberteil, was ich gerne stricken möchte. Und dachte mir, das wäre doch mal was, um die Sonnenbrille aufzusetzen. Und habe drei Knall gekauft. Und dachte mir, das ist doch was für den Frühling. Das ist eine 100% Baumwolle mit drei bis vierer Nadeln. Die schreiben auch, dass zwei Knall reichen. Ich dachte dann, okay, du bist relativ groß gewachsen. Nimmst mal ein drittes Knall noch mit. Und daraus werde ich mir jetzt demnächst ein Sommeroberteil stricken. Was dann, denke ich, auch ganz schön wird. Ich war wahnsinnig überrascht. Weil ich habe online die Farbe gesehen und dachte mir, okay, bestell sie dir. Wird schon nicht so grell sein. Und dann kommt wirklich dieses Knallgelb. Also, mal gucken, wie sich die verstricken lässt. Ich bin gespannt. Aber es hat mich sehr gefreut, wenn ich mir den Tag versüßt. Dann habe ich noch mehr gekauft. Bin ich ein bisschen verrückt? Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Ich habe Sednes Garn gekauft. Und zwar habe ich die Liene gekauft in so einem Orange. Auch eine Polo-Oberteilmenge. Das hat eine Zusammensetzung von 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leine. Ich hatte irgendwie einen totalen Gelb-Orange-Schwimmel. Ich weiß auch nicht. Als es dann kam, war ich wirklich zufrieden. Es ist eher so ein Gold-Orange, würde ich sagen. Falls ihr die Farbe wissen wollt. 25, 27. Und ja, ich bin zufrieden. Es wird ein Sommeroberteil. Wäre ich wunder. Und das wird auch eines der nächsten Projekte für den Sommer. Ja, dazu habe ich noch ein paar Nadeln gekauft. Also ein paar Zingnadeln, dreieinhalber, vier oder so. In der Dreh, gerade für Sommeroberteile, ganz gut geeignet. Ja, ich habe noch mehr Sednes Garn gekauft. Ich habe noch die Mini-Alpaka gekauft. Auch eine Pullover-Oberteilmenge. Das ist ein weiches Garn. Also wenn jemand wirklich sich ein Garn leisten möchte, was a luxuriös ist und b sehr, sehr weich. Und es soll keine Schafwolle sein, dann würde ich euch die empfehlen. Schaut euch die mal an. Auch eine Pullover-Menge. Und die Farbe 23,55. Und die ist auch für die Saline sehr, sehr ähnlich. Also es ist fast die identische Farbe. Ich weiß auch nicht. Es hat mich einfach gepackt. Ja, und kommt aus Norwegen. Wurde auch schon, glaube ich, des Öfteren empfohlen. Also jeder muss das ja selbst wissen, ob er das möchte, ob er das kaufen möchte. Ob er das finanziell ausgibt. Weil das ist auch relativ ein preisintensives Garn. Aber ja, was man nicht manchmal so tut. Genau. Dann habe ich gesehen, dass Holz ein Sale hatte auf Konen. Und dann kam mir die Idee, du wirst das schon immer mal, also im Herbst würde ich das, einen Colorwork Pullover stricken. Und zwar nicht All-Over-Colorwork, sondern nur einen Teil. Ihr werdet sehen. Mal gucken, ob das überhaupt umgesetzt wird. Und ich dachte, braun und grün ist eine schöne Kombination. Also habe ich zwei Konen gekauft. 500 Gramm Konen. Hilfe. Das ist Holz Supersoft. Sie ist nicht wirklich Supersoft. Also für empfindliche Personen weiß ich nicht, ob das so geeignet ist. Einmal die Farbe Kalypso und einmal die Farbe Cinnamon. China Moon. China Moon. Wer weiß, wie es ausgesprochen wird. Ich spreche es deutsch aus. Ja. Sollen Colorwork Pullover werden. Passen auch ganz gut zusammen. Allerdings habe ich gestern ein nettes Podcast geschaut. Oder heute Morgen. Ich weiß nicht mehr. Und dann hat sie die Farbe Braun gezogen. Und das einzige braune, die einzige braune Wolle, die ich habe, ist. Also ich. Heute Morgen geschaut. Was kannst du aus dieser braunen Wolle machen? Ja. Also ich werde jetzt einen dicken, warmen, 100% Wolle Pullover im Sommer stricken aus dieser 500 Gramm Kone. Es wird etwas übrig bleiben, sodass ich das dann mit dem so Colorwork verarbeiten kann. Aber ich werde jetzt aus dieser Wolle demnächst einen Pullover anstricken. Ja. War jetzt zwar nicht so das, was ich geplant habe, gerade bei wärmeren Temperaturen. Aber Farbe Braun sind ja hart nur das Braun. Also wird das Braun angeschlagen. Ja. Ähm. Dann ist mir Wolle aus meinem Stash in die Hand gefallen. Und zwar, die habe ich letztes Jahr gekauft. Das ist die Gedifra Dolche 120. 90% Wolle, 10% Kaschmir. Ähm. Und dann habe ich festgestellt, ich habe nur 5 solche Knäuel. Ähm. Die liegt jetzt ja schon seit Sommer und ich hatte sie schon im Schachenmeier bei Stuttgart in dem Schachenmeier Store gekauft. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, dass die aus dem Sortiment geht. Was macht man mit 250 Gramm Wolle, ah, 120 Laufmeter. Meter pro 50 Gramm. 50? Ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas. Jedenfalls. Ähm. Hm. Was machst du? Internet geguckt. Wo gibt es diese Wolle noch? Mit dieser Farbe. Gefunden. Und gekauft. Ich weiß, dass das jetzt auch mal erst im Stash landen wird. Aber bevor sie jetzt ganz weg ist und ich dann auf diesen 5 Knäuel sitze, habe ich nochmal 5 oder 6 Knäuel gekauft. Also jedenfalls so viel es gab. Ja, 50 Gramm, 120 Meter. Und dann habe ich eine Pullover Menge und kann mir dann, wenn Annette grau zieht, einen grauen Pullover streben. Das ist der Plan. Ob das es wird? Wir werden sehen. Ja. Ja. Und, ähm, ich habe noch was bekommen. Und zwar habe ich das Geschenk bekommen. Wer das jetzt nicht sehen will, dann schaltet dann bitte weg. Ich sage dann jetzt und ich halte es weg. Und zwar hat Janni von Strickel, die Strickel, die Schruck einen Sommer, äh ne jetzt gerade einen Sockenklub. Und ich hatte ein Jubiläum und habe den Club geschenkt bekommen mit dem Auftrag, daraus doch bitte Socken zu stricken. Ich kann sie auch behalten, aber ich soll bitte Socken daraus stricken. Und bei ihr ist es so, man bestellt das und bekommt das dann am Ende des Monats. Sie färbt es. Es ging jetzt um Frühblüher, also Tulpen, äh, Narzissen und so weiter. Und ja, jetzt kam der erste Strang. Ich habe es bekommen auf der Merino Sox High Twist. 80% Schuhwolle, 20% Nylon. 365 Meter auf 100 Gramm. Wer den Strang jetzt nicht sehen möchte, der schaltet jetzt bitte weg oder spurt vor oder macht sonstiges. Ich zeige es jetzt und zwar jetzt. Das ist die Magnolie, der erste Strang aus dem Club. Brauche ich ihn? Nein! Warum schenkt man mir das? Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn bekommen. Ähm, ist auch wirklich eine schöne Farbe. Als schönes wäre, wird auch, denke ich, demnächst so verarbeitet werden. Mal gucken, was mir so in den Sinn kommt. Ich bin gespannt. Ja. Das waren jetzt die Einkäufe, die ich so gemacht habe, beziehungsweise geschenkt bekommen habe. Beziehungsweise wo es einfach über mich gekommen ist. Ich weiß es nicht. Also den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall nicht zu einem Haul geben. Also man kann es ja schon als Haul bezeichnen. Ähm, aber ich habe noch was bekommen. Und zwar habe ich darauf jetzt schon, ich glaube, zehn Wochen oder acht Wochen. Also relativ lange gewartet. Es kam heute vor. Ich war total überreicht. Ich wusste nicht, dass es heute kommt. Ich dachte, ich muss noch bis Ende Mai warten. Aber es kam. Ähm, ich würde mich gerne demnächst oder gegen Herbst ein bisschen mehr mit Colorwork-Stricken auseinandersetzen. Und dachte, es ist eine schöne Idee, es Handstulpen und mittens zu stricken. Und dann war ich unterwegs und habe mich so ein bisschen unterhalten mit einer anderen Strickerin. Und dann haben wir bei Instagram so ein bisschen geguckt und bei YouTube und haben so Filme, also so Podcasts angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass viele englischsprachige Podcaster, auch aus Norwegen, Amerika und so, dieses Buch haben. Und zwar ist dasselbe mitten von Anne Barsgaard oder so. Also ich kann kein, ähm, norwegisch. Und hier sind 500 Charts drin mit 35 Anleitungen. Das Buch ist auf Englisch. Äh, es ist relativ preisintensiv, muss ich auch dazu sagen. Ich habe es im Februar, glaube ich, bestellt und es kam jetzt. Und, ähm, ja, es ist wunderschön. Es ist was zur Historie drin im Buch. Ähm, es sind sehr, sehr viele Charts. Die sind aber sehr klein und ohne Reihen vorne. Also das muss man dann selbst sich noch reinschreiben. Ähm, es ist eine Grundanleitung drin. Es sind eben diese 35 Anleitungen drin. Ähm, es wird so ein bisschen erzählt, für was die Muster auch stehen und wie das alles zusammenhängt. Also es ist wahnsinnig schön. Und das wird dann mein Herbstprojekt da mehrere Mitteln zu stricken. Ja. Ähm, mal schauen. Ihr werdet sehen, denke ich, falls ich weiter podcaste. Ich denke schon, mal gucken. Aber, äh, es hat mir heute irgendwie den Tag versüßt nach gestern nach meiner Prüfung. Äh, ja, ich habe bestanden. Also alles kein Thema. Aber, ähm, war trotzdem anstrengend und war heute eine schöne Überraschung, dass das Buch kam. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, ich gehe jetzt noch ein bisschen raus. Stricken, spazieren. Es ist wunderschönes Wetter. Heute ist Samstag, äh, der 30. 4. Der Podcast wird wahrscheinlich erst gegen Montag oder so online gehen. Ich habe nicht ganz so viel Zeit, ähm, den heute noch und morgen zu schneiden. Um ein bisschen was zu erledigen. Und dann verabschiede ich mich von euch, wenn wir unterwegs sind. Ich nehme euch mit. Ich gehe jetzt auf Maiglöckchen Jagd. Ähm, geht da jetzt los. Morgen ist der 1. Mai. Die Maiglöckchen kommen und ich gehe jedes Jahr an eine Stelle hier. Wo es Maiglöckchen gibt. Das erinnert mich an meine Ur-Oma. Das waren ihre Lieblingsblumen. Und die hat mich dann immer mitgenommen, wo ich klein war. Und wir sind da hingelaufen. Zu den Maiglöckchen haben sie angeguckt und so. Also man muss ein bisschen aufpassen, sie sind giftig. Aber, ähm, da nehme ich euch jetzt gleich mit. Und dann verabschiede ich mich dort von euch. Bis gleich. So, Stopp 1 meiner kleinen Tour. Wo ich auch gesagt habe, dass ich euch mitnehme. Ähm, ich sitze jetzt hier an einem See. Mitten im Wald. Einer meiner Lieblingsplätze. Es ist ganz ruhig. Es ist keiner weiter unterwegs. Und, ähm, ich höre so ein bisschen den Vögeln zu. Und werde jetzt gleich mein Strickzeug aus meinem Rucksack auspacken. Und noch eine kleine Runde stricken. Ähm, ja. Bevor wir zu den Schnee-, äh, Schnee-, Maiglöckchen gehen, ähm, wollte ich euch noch sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar ist, ihr irgendwas wissen wollt, schreibt's einfach in die Kommentare. Weil ich versuche, so gut es geht, darauf zu antworten. Sonst ist alles in der Infobox verlinkt. Schaut einfach danach. Und, ja. Dann, äh, sehen wir uns gleich. Beim Verabschieden. Bei den Maiglöckchen. So, angekommen an der vermeintlichen Schnee-, äh, Maiglöckchenwiese. Aber die existiert leider nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ob es an Raps liegt. Oder an den Bodenverhältnissen. Durch die Trockenheit sind hier viele Bäume auch umgefallen. Und die haben geforstet. Deswegen, ich weiß nicht. Normalerweise war hier, äh, rechts von mir aus gesehen, links von euch alles voll. Ja. Schade. Schade Banane. Aber ist halt so. Können wir nicht ändern. Ähm, ich hänge euch gleich noch im Bild von welchen, auch von unserem Grundstück hinten dran. Wir haben ein paar auf dem Grundstück stehen. Die kommen jetzt auch, fangen an zu blühen. Und, ja. Falls ihr das Vergnügen habt, mal welche zu sehen. Die sind giftig und stehen unter Naturschutz. Das heißt auch, ernten ist nicht erlaubt. Also lasst sie schön stehen. Behaltet die Giftstoffe schön auf Abstand. Und, ähm, ja. Sonst wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start in den Mai. Genießt es. Und, ähm, ich weiß nicht wann wir uns wiedersehen. Ich denke bald. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.